Hallo und willkommen zu einer Folge Among Us. Bewertet gern das Video und sonst viel Spaß. Willst du mir auch was mit? Nö. Muss ich jetzt hier warten, bis das auf Null ist? Kann ich da wegheben? Hagt mal hier wieder eine das Licht an, bitte. Hattest du nicht töten, bitte? Äh, hä? Jetzt auch mal Sina. Zur Cafeteria runter. Valhalla, nicht töten. Ich hab hier Katze, ich hab Alibi. Geh weg. Du hast auch einfach weg, ne? Sieh, dass das hier so geschehen, ne? Wie hiermit? Okay. Da bringt er mich doch um, der Sack. Attacker ist auch schon tot. Ja. Alter. Okay. Ach, Sina hat reported. Wo denn? Weil wir gerade waren? Da, wo wir gerade waren, rechts. Oben. Boah, das ist nämlich gar nicht so geschehen. Ich gucke immer auf die Map. Das. Das ist, glaube ich, das Labor, oder? Was? Wie hast du denn reported? Ich sehe gerade, Tucker und Cardo sind beide tot. Mhm. Tucker habe ich gesehen, glaube ich. Okay, weniger auf die Map gucken. Ja. Kann niemandem Alibi geben. Sina war zwar bei mir, aber die hätten genauso gut gehen können vor meinen Augen. Scheiße. Also, ich enthalte mich gleich so doll. Ich war unten rechts bei diesem diese Luftmessungsding. Keine Ahnung, wie das heißt. Also bei der Cafeteria unten. Unter der Cafeteria. Er lügt. Ich glaube, dass es was Katze ist. Du glaubst, dass es Katze ist? Ja, ich weiß es aber noch nicht, deswegen. Mach ich weiter. Also keiner votet. Okay. Okidoki. So, dann schnell mal auch hier rüber. Der Katze und Sina laufen zusammen. Das ist gut. Fuck, also AFK. Nee, teilt euch nicht auf. Oh. So, meine Taks sind alle fertig. Schlaf hier nur rum. Sina. So, jetzt haben wir wieder Anschluss. Oh no. Mhm. Hat sie nicht gleich den Kado töten gemacht? Ach, Püppä. Ja, moin. Bin ich gerade hier und dann muss ich das Licht wieder machen. Alter. Hör auf mit Spinnen. Weil Valhalla spielt sehr gerne mit dem Licht. Ob ich das nebenbei mal so anmerken darf. Ich bin schon wieder hoch. Diesmal kennen wir die Aufgabe hier. Oh, easy peasy. Lemon squeezy. Soll ich noch Taks? Was, zwei sind schon tot? Oh, okay. Also, ich bin bei diesem Luftding unter der Cafeteria. Okay. Ich bin auf dem Weg zum Dingens. Wie heißt das? Ich will kurz was dazu sagen. Katze ist nicht böse gemeint, aber ich trau dir das nicht zu. Das ist zu gut gelaufen. Okay. Also. Mein Boot geht an Valhalla. Hä? Er spielt so oft mit dem Licht, als das erst mal Licht ausgefallen ist. Das habe ich gleich gesagt. Valhalla spielt sehr gerne mit dem Licht. Ach, und deswegen bin ich es jetzt, weil das Licht ausgefallen ist. Deswegen bist du das, ja. Das ist doch jetzt blöd. Das lief zu glatt. Das trau ich Katze nicht zu. Das bist du. Du musst das sein. Das ist ein Doppelkatze. Das ist deine Sache. Nein, Katze. Aber für Katze läuft das zu glatt. Du bist es. Puh. Ich. Natürlich lief es zu glatt. Sorry, Kado. Sag ich doch. Ich kenne Kado halt schon ein paar Jahre und auch bei TTT und das ist halt der Vorteil. Und ich habe es noch gesagt. Meine Argumentation war vollkommen richtig. Ja, ihr braucht mir jetzt nicht alle hier hinterherlaufen, ne? Obwohl, wenn man zu dritt ist, ist geil. Da bin ich safe. Okay. 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 Ich pass hier noch kurz ein bisschen auf. Katze, du darfst mich jetzt nicht töten. Sehr gut. Ja, war Rutter. Ich bin ungern mit Valhalla alleine, aber... Jetzt mal gucken, ob hier unten noch alles safe ist. Ja. Katze, geh mal mit. Genau. Katze ist für mich safe. Obwohl, so ganz kann ich meine Hand dafür auch noch nicht ins Feuer legen. Ich sag's noch. Das kann ich ja nicht machen. Meine Leiche liegt da schon zu lange. Und fliegen wir mal hier rüber. So, alles fertig. Da sind Valhalla und Sina. Wo sind Taka und Katze? Da ist Katze. Ich hab heute mal Katze. Ah. What the fuck? Das ist ein Wort für Fett. Ich habe dir vertraut. Ich habe dir vertraut.